So, hello, alle zusammen, da reden wir ins Mikrofon rein, ein dreifaches Hip-Hip, Hurra, Sportlergruß, Hip-Hip, Hurra, ich weiß nicht, kennt das jemand, also ich früher beim Fußball, ja klar kennt das jemand, ich weiß gar nicht mehr wie der Spruch geht, ein dreifaches Hip-Hip, Hurra, Hip-Hip, Hurra, und dann, na gute Freunde, und vorher fast auf dem Fußballplatz vernichtet, so schauen, dass wir das dann mit dem Kabel wieder hinkriegen, Alter, meine Haare, es geht schon, das sieht mir doch nett so, bist du ja daheim, ich weiß noch nicht, wie das mit dem Licht da, hoppala, Rantale hier im Speerbezirk, ob das mit dem Licht so passt, wenn ihr dann ausschaut wie Moonface, dann müssen wir da irgendwas ändern, starten wir los, unter meinem zweiten Teil von der Challenge, wurde hier mal gewünscht, doch auf Fabio Wiedmer zu reagieren, und dann, hab ich gesagt, hey, bin doch ein lockerer Typ, das machen wir, Copy, Based, Let's Fit, das ist schon so ein, ja, haben wir doch schon, ein Mountainbike Driver, der recht krasse Dinger machen kann, die hardest crashes, und ich dachte mir, hey, wir schauen an, was passiert, wenn es nicht so läuft, wie es läuft, und wir dürfen natürlich nicht lachen, weil es ist nicht lustig, wenn sich jemand wehtut, dann lacht man nicht, sondern, Behind the Seed Saints, Gains, 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 kein Mensch weiß, wie man es ausspricht, ich auch nicht, deswegen muss man es einfach so tun, als würde man es lustig aussprechen, dass man es so überspielt. I'm the Fuchs. Servus, Eidl, was geht? Welcome to Wimmas Law. Welcome, Leute, ihr seid bei meinem Kanal wieder angekommen, bei mir. Was ist eigentlich mit dem verkehrt, wie weit es da runter geht, und der hopft einfach mit seinem Fahrradl, ich schaff's gerade mal irgendwie an Bordstein drunter zu hopfen, und der hopft da drei Meter auf dem Gelände. Boah, leck mich am Arsch. Hey, ja, wie das... Erstmal mit Red Bull kühlen, genau, den, der gefurrt mir. Oh, 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 hey, das ist nicht lustig, Christian. Also ich bewundere das schon, was er macht, also es ist jetzt nicht, dass ich ihn ins Lächerliche ziehen will, ne? He, he, schau, aber es ist doch der Fabio, oder? Also jetzt kann er mit dem Dings da ein wenig rumspringen. Christian. Alter, das ist schon krank, ne? Boah, fuck. Alter. Boah, Klickkopf. Boah, Klickkopf. Boah, ich glaub, ich spinn! Hab schon wieder drei Red Bull zu viel kappt! Haha, ich glaub ich spinn! tutaj, das wär, so ich. Tja, Anna, fällt schon der Arm weg. Den ganzen Tag. Wann schafft er es denn jetzt endlich mit der Stange? Da. Au. Junge, was ist denn mit dir? Au. Das hat ein bisschen wehgetan. Ja, hat ein bisschen wehgetan. Dann sind wir laufen und sich so verrenken. Hihihihi. Husband. Was für... Das Gesicht von dem anderen. Hey, hast Bock? Wir machen ein paar Stunts. Müsstest bloß ein wenig assistieren. Kriegst ein 50er, 100er Euro. Oh, geil. Ja, bin ich am Start. Erster Versuch. Hier, den Patienten mein ich. Geh, das ist den ganzen Tag so. Uiuiui, jetzt hat es mich runtergerissen. Der hat schon keinen Bock mehr. Oh, ein Arsch, oder was? Hat er einen Korken gekriegt? Alter, da hat es mir jetzt die Haut. Vom Arsch, da hinten, da eine. Kriegst du wenig Kostisch. Ohhohohohohohoho. Neidzungen in reifen. Yeah. Krass. Aber auch mega sympathisch der Kerl, muss man schon sagen. Fabio, Prost. Der hat genauso viel Bart wie ich. Ha, ha, Gorkan. Macht ja nichts draus. Ein verrückter Typ. Und wer plant das, was dahinter noch steckt? Also es ist ja gar nicht nur das im Video, der Aufwand, das Aufbauen, das Planen, du musst ja... Da steckt so viel mehr dahinter als nur... Nicht nur darf man nicht sagen, aber... krass. THIS IS SPARTA! Was machst du? Sieht das gut aus? Ich war immer gerade am Pflock verdrücken, ich war heute früh nicht. Bleib da, bleib drin. Wird ein wenig raufziehen, das Würstchen. Aber wie steil auch diese Rampe ist. Die ist ja ungefähr so, also wenn der mal blöd gesagt, dann raufslider, dann schaut er sich nochmal die Brücke ganz genau an. Der bringt sich auch immer ein Stofflevel. Der steht nicht Bull drin, mit der Musik ein wenig boosten. So, und jetzt bin ich bereit für die Kamera! Ich hab heute auch schon eins getrunken. Sorry. Ich muss echt sagen, das war richtig erfolgreich. Ganz ehrlich zu sein, das war perfekt. Vor allem, es waren alle ziemlich... Drei Schrauben reingeschrieben, dr 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 drauf aufs Fahrradl, zwei Bull zischt. Und zack, Lubin gemacht. Gehen wir heim. Wie viel steiler ist denn das? OLTER! Ganz kurz, der will da mit seinem Fahrradl runterhupfen. Da steht es alle drei. Jo, alter ist das steil. Und die anderen beiden denken sicher, der mit den Hose-Taschen. Der, naja, zum Glück muss nicht ich nun da hupfen. Das magst du schon, dass es passt. Und der andere, schauen wir mal, wie der, ah, der steht. Ich hab doch jetzt ein bisschen Angst, ich will nicht. Schleichwerbung. Also, falls du das Leben nimmer raufschaffst. Also Rapp, schaut zu, dass er mal in der Kiste springen lässt. Ich wünsch irgendwas. Apfelkirsch. Ich würde schon ohne Rampe gar nichts, ohne Double, Triple, 28er-Flip, würde ich mir schon in die Hose scheißen, da mit meinem Fahrrad unten zu schäbern. Ich denke mir, wenn der Hugel kommt, dann fliege ich. Das wird auch, glaube ich, richtig sketchy. Und dann der dritte Step wird sein. Sketchy? Sketchy. Fast warst nah dran, aber sketchy, muss ich sagen. Der Hund auch schon. Sagt er denn, Double-Flip? Boah, leg, Alter. Du bist verrückt. Geh her, komm. Junge. Boah. Der fliegt halt weit, ne? Der hört nicht auf, der fliegt, der hängt, der rollt. Jo. Yes. Yo. Alles gut, oder? War ja nicht anders zu erwarten. Ich bitte dich, der ist bloß ungefähr 28 Meter den Berg runtergeflogen. Alter. Witzig. Geh her. Alter. Ja, was gehört dazu? So, also jetzt Volker. Weg, film mir. Dreh ihn an. Prost. So. Jetzt bin ich gespannt, ey. Boah. Krass. Den zieht es dir. Er muss es kommen auf der anderen Seite. Ich hänge schon wieder fest. Er hat dann die Hose reinzogen in sein Vorratl. Alter. Alter. Einmal noch. Oh nein, ich fresse. So zieht es die Hose in den. Wo hänge ich denn jetzt? Sorry Leute, ich muss das kurz regeln hier, weil sonst kann ich mich gleich nicht mehr bewegen. Wo hänge ich denn jetzt am Stuhl? Alter. Ich kaufe mir echt welche ohne Kabel, Mann. So viele Streamer, YouTuber und so gibt es und keiner hat so ein Gefick wie ich mit meinen Kabel hier. Weil es 22 Meter lang ist. Ich schnack da, Alter. Alter, yes! AXTERN! Das sind halt einfach die Red Bull Trinker. Die sind einfach so verrückt. Das ist übertrieben und gefällt mir. Bro, Achtung! Jetzt bin ich schon schrocken, ey. Was passiert jetzt? Wir sind alles stolz auf dich. Danke. Hannes? Ich auch. Und ich bin der Uwe und ich bin auch stolz auf ihn. Wer fängt den Ball souverät? Wer trickst den Gegner aus und geht links vorbei? Und geht rechts vorbei? Das ist das Red Bull. Es ist einfach ein geiles Zeug. Da habe ich jetzt viel Werbung gemacht für Red Bull, ne? Also, ich trinke auch eine Palette. Größe ist wurscht, ich trinke alle. Dann pack ich mal. Ja, gerade wollte ich sagen, das ist immer das Schlimmste, wenn du mit diesem Bagger spielst. Boah, geil, ich habe schon ewig in einem mal gebaggert. Hox ich drauf. Jawohl. Und dann kommt so dieser, ich bin ja schon alt und ich kann das jetzt richtig schnell. Boom und bam, haust du die Ladung ins Gesicht. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen hier, den guten Fabio. Weil das, was er da macht, ist wirklich krass gut. Ich habe jetzt schon zwölfmal in dem Video krass gesagt, aber es ist wirklich krass. Also Leute, ich bitte euch. Hey Leute, alle Leute hier. Ich bitte dich. Nur du, genau, nur du. Genau der, der da gerade sitzt. Genau du. Schaust du mal zwei Videos an von dem Buben, der, wenn drei Red Bull Intus hat, der dreht dermaßen ab, der macht alles. Und wenn auch du willst, dass ich, ich mit vielleicht auch mal zwei Red Bull Intus einmal auf irgendwas reagiere, dann schreibst du in die Kommentare. Ich ziehe es mir rein. Ich gucke es mir an. Oh, ja, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr abonniert. Wow, du Spaß, die Dresdner. Okay, sorry, das war wieder, wenn es der Bull kickt. Das war jetzt der Moment, auch wo ich jetzt quasi Backflip gemacht hätte. Ähm, nee, schreibt es in die Kommentare, auf was ihr Bock habt. Ich probiere alles Mögliche aus. Ich kann auch mal irgendwie einen Kuchen backen und euch mitnehmen. Und ich kann auch irgendwie, ich mache alles. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert den Schäsel, Stesl. Ich habe euch lieb. Macht's gut. Tschüss. Wie machen wir das als krasser YouTuber? Ha, ha, boom! Boa, boom! Untertitelung des ZDF, 2020